Salve! Ich begrüße euch zum Lesemonat November. Ein Lesemonat, der mal einer werden wollte, weil ich habe tatsächlich in diesem Monat nur zwei Bücher beendet. Ich habe aber eine ganze Menge Bücher angefangen und deswegen möchte ich in diesem Monat die Bezeichnung, wie ich mit den Büchern umgehe, die ich nicht zu Ende lese, etwas verändern. Ich möchte die Begrifflichkeit Abbruch oder Abbrechen umwandeln in Teilweise gelesen. Das ist genau genommen natürlich kein großer Unterschied. Manche möchte ich trotzdem nicht weiterlesen, bei einigen weiß ich es noch nicht. Nur das Wort Abbruch, das klingt mir irgendwie zu negativ. Es macht den Eindruck, als ob ich von dem ganzen Buch nichts genossen habe oder als ob es irgendwie von Anfang an eine Tortur gewesen wäre. Und das ist es einfach nicht. Ja, ich habe halt gemerkt, dass meine ganz individuellen Lesereize, so will ich das mal nennen, mittlerweile so speziell geworden sind und sich dazu auch noch ständig ändern, dass es einfach wenige Bücher schaffen, mich bis zum Ende anzuziehen. Ab einem gewissen Punkt sind meine Sinne einfach satt und befriedigt, wenn man so will und ja, deswegen lege ich oft einfach ein Buch auch aus der Hand. Das hängt natürlich immer mit meiner Stimmung zusammen und mit dem Zeitpunkt und von den Aspekten, die mir bei Büchern besonders wichtig ist. Und ich habe darüber mal nachgedacht. Mir sind tatsächlich in Büchern die Atmosphäre, die Sprache und die Kreativität, also so wie die Überraschungen, zum Beispiel aus welcher Perspektive das geschrieben ist oder sowas, wichtiger als zum Beispiel die Charaktere, Philosophie und die Spannung. Das kommt direkt danach. Ganz ohne das kann natürlich ein Buch auch nicht leben, aber ich habe es mal versucht, so ein bisschen zu priorisieren. Natürlich will ich auch innere Monologe und Weisheiten und sowas haben, aber erst danach kommt tatsächlich der Plot und das Genre. Es ist also ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel, eine quasi unentschlüsselbare Formel, gerade was das Thema Spannung angeht. Dieses Konglomerat an den ganzen Reizen, die ich so brauche, daraus ergibt sich irgendwann einfach auch die Spannung. Was ich aber sagen kann, sobald ich bei einem Buch irgendwie das Schema oder das Muster erkannt habe, dann reizt es mich kaum noch, weil ich halt für mich den weiteren Verlauf irgendwie erahnen kann. Und ja, das hat einfach für mich keine Priorität. Anderen Menschen ist das überhaupt nicht wichtig. Bei einem Thriller zum Beispiel ist es eigentlich generell immer dieselbe Abhandlung. Und Füller ist eines der beliebtesten Genre, aber mich reizt es eben nicht, weil ich immer ja schon weiß, wie die Story verlaufen wird. Diese Reize sind ja bei jedem ganz, ganz individuell und anders. Und nur weil ich ein Buch nicht zu Ende gelesen habe, heißt es nicht grundsätzlich, dass ich das schlecht finde. Ich bin dann einfach gesättigt, mir hat das an dem Punkt gereicht und ich konnte mir einfach ein ausreichendes Bild von der Geschichte machen. Und ich habe festgestellt, dass ich einfach zufrieden bin mit dem, was ich gelesen habe und dass ich nicht weiterlesen muss. Das allererste Buch, was ich nur teilweise gelesen habe, das ist von Juli C. Unterleuten. Und dieser kleine Schinken, die hat 656 Seiten, ist im BTB-Verlag erschienen. Und das Ganze am 11. September 2017. Das ist ein Gesellschaftsroman oder ein Dorfroman. Und das war auch mein erstes Buch von Juli C. In dem Buch geht es um das Porträt eines kleinen Dorfes in Brandenburg nach der Wende. Und so hübsch die Fassaden der Häuser sind, so schnell bekommt man eben auch einen Einblick dahinter. Und man merkt sehr, sehr schnell, dass der Schein trügt. Der Unidozent, der seine junge Studentin geheiratet hat, die nach der Geburt des Kindes nur noch weinend auf der Couch sitzt, versucht eine Lösung zu finden, denn nebenan lebt der behaarte Schrottplatzbesitzer und macht ihnen das Leben durch schwelende, verbrennende Reifen auf seinem Grundstück zur Hölle. Dabei wollte der Dozent doch eigentlich nur die Vögel beobachten und extra deswegen auf das idyllische Land gezogen. Dann gibt es noch eine Pferdeflüsterin, die bekommt von ihrem Aitiler-Boyfriend, der lieber in Berlin bei seiner Arbeit wäre, keinerlei Hilfe, der Ausbau des Hauses, des sehr alten Hauses, ist ihr selbst überlassen, ihr Freund liegt, mit Ansage, nur auf der Couch. Meine Erwartung bei dem Roman am Anfang war, dass es interessante Umschreibungen von Landschaften und Atmosphäre und auch vor allem von den Gefühlen gibt, die die Protagonisten hier so haben. Das war auch am Anfang so. Ich habe das Buch also angelesen, ich weiß nicht, wie lange die Leseprobe war, ich schätze mal 30, 40 Seiten und habe mir das Buch natürlich dann gekauft und war ganz heiß drauf, das zu lesen. Die Realität ist leider so, dass die Vergleiche und Bilder am Anfang sehr stark sind und bis zur Seite 100 dann eigentlich komplett abnehmen und im Sande verlaufen. Der Ton wird dann sehr, sehr sachlich. Also die Juli C. selbst ist ja auch eine der höchsten Richterinnen in Deutschland, glaube ich. Sie legt nicht generell irgendwie Wert auf lyrische oder andere Formen von Sprachästhetik, weil sie ist sehr geradeaus und ungefiltert. Sie hat eine sehr glasklare Benennung von Eigenschaften und Aussehen und Verhalten der Charaktere. Und was mir aufgefallen ist, was, ich sag mal, in jedem Autorenratgeber gleich zuallererst klargestellt wird, ist, dass man nicht erzählen soll, sondern zeigen. Und Juli C. erzählt viel mehr, anstatt dass sie zeigt. Ja, das war für mich nicht besonders interessant. Der Charme des Sprachstils hat sich dann irgendwie so entwickelt wie der Charme einer Bedienungsanleitung. Alles ist von außen erzählt und das meiste ist sogar in einem Rückblick erzählt. Und was ich auch nicht so gerne mochte, ist, dass sie einen sehr ironischen Unterton bei den Beschreibungen, vor allen Dingen ihrer Charaktere, mit drin hatte. Das kam so ein bisschen so rüber, als ob sie immer nur die schlechten Seiten ihrer Figuren hervorkehren will. Die Figuren waren mir insgesamt viel zu real, wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört. Aber das war alles so unschön. Ich mag es halt gern schön. Und ihre Charaktere waren eben ein bisschen zu derbe, so will ich es mal nennen, zu unschön. Und leider auch zu klischeebeladen. Was ich damit meine, ist zum Beispiel den behaarten Schrottplatzbesitzer mit Bauarbeiterdekolleté, alte Männer in schicken Autos, die junge Studentin heiraten und die weinen, die ihre Babys stillen. Das war mir dann einfach so ein bisschen too much. Am meisten hat mich aber wirklich der Unterton ihrer Erzählung gestört. Sie setzt ihren Lesern irgendwie voraus, dass sie von Natur aus Interesse an ihren Geschichten haben. Also es gab nicht irgendwie ein Ereignis, wo ich jetzt sage, boah, das ist so interessant, dass ich jetzt unbedingt weiterlesen muss. Das Ganze hat irgendwie so was Anleitendes, Belehrendes, vielleicht auch neunmal Kluges, irgendwie von oben herab, als ob sie einem erklären möchte, wie das Leben funktioniert. Ich habe das ganze Buch für mich dann in dem Genre einsortiert, dass es eine Analyse eines Dorflebens ist, eine Erklärung, welchen Platz die Maschendrahtzaunmentalität im Weltgeschehen hat. Und das ist nicht meine Art von Geschichte. Deswegen habe ich das Buch nur teilweise gelesen. Auf Seite 150 habe ich entschlossen, dass es für mich genug ist. Und das Buch möchte ich auch nicht weiterlesen. Das nächste Buch, das wird wahrscheinlich sehr, sehr viele wundern, dass ich das jetzt unter den teilweise gelesenen Büchern vorführe. Das ist nämlich das Flüstern der Bäume. Das hat Michael Christie geschrieben und das hat 560 Seiten. Ist im Penguin Verlag erschienen und die deutsche Ausgabe am 5. Oktober 2020. Jacinda Greenwood arbeitet als Naturführerin auf Greenwood Island. Ja, die Namensgleichheit, so glaubt sie, ist aber reiner Zufall. Bis eines Tages ihr Ex-Verlobter vor der Tür steht und im Gepäck hat er das Tagebuch ihrer Großmutter. Eines Tages bedeutet in diesem Fall direkt am Anfang des Buches und Jahresring für Jahresring, also in den Jahren zwischen 2038 und 1908, enthüllt sich für Jacinda endlich ihre Familiengeschichte. Seit Generationen verbindet alle Greenwoods nämlich eines und das ist der Wald. Und wie man sich unschwer denken kann, ist natürlich das große Thema in diesem Buch der Wald. Am Anfang besonders das Waldbaden, die Luxusgüter, die sich aus Papiermangel ergeben und das können zum Beispiel Bücher oder Echtholzmöbel sein oder sogar ein Kamin, der Holzscheite verbrennt. Und natürlich ist das Thema der Klimawandel. Und gerade dazu ist mir eine Stelle besonders aufgefallen. Mir kam das an einer Position so vor, als ob der Autor gebrainstormt hat, was denn in unserer Welt alles aus Holz ist und was wir vielleicht als selbstverständlich nehmen. Korbin führt sie kurz herum und sie kann nur mit Mühe verbergen, wie beeindruckt sie ist. Wo ihr Blick hinfällt, stehen die feinsten Möbel aus dänischem Teakholz. Und es gibt einen richtigen Kamin, in dem ein echtes Feuer brennt. Und an der Nordwand ein riesiges Bücherregal, in dem sicherlich tausend Bücher aus echtem Papier stehen. Alles umgeben von schönen Altholzpfosten und einer vermutlich unbezahlbaren Balkenkonstruktion. Und genauso deplatziert wie dieser Einwurf, den ich jetzt mache, ist mir eine Stelle am Anfang aufgefallen, die wie ungefähr ein Holzsplitter in einer sehr, sehr weichen Kuscheldecke ist. Also absolut unpassend. Nach dem Essen sieht Korbin mit zusammengekniffenen Augen auf seine Rolex und führt sie wieder zum Sofa, wo sie sich küssen. Tut mir leid, dass ich das ansprechen muss, unterbricht er kurz darauf und sie spürt den Hauch seines weinsauren Atems an ihrem Ohr. Aber ich will, dass wir ganz ehrlich zueinander sind. Natürlich, sagt sie unsicher. Ich muss dir etwas gestehen und es ist ein wenig peinlich. Er atmet tief durch. Aber mein Arzt hat mir wegen einer starken Latexallergie verboten, Kondome zu benutzen. Diese ganze Stelle klingt für mich super oberflächlich und snobbistisch sowie klischeebeladen und passt überhaupt nicht zum Rest des Buches. Aber das ist total bei mir hängen geblieben. Und da muss ich mal mit dem Lektor schimpfen, der natürlich wahrscheinlich irgendwo in Amerika sitzt. Sowas ist eigentlich Aufgabe eines Lektors. Jeder Autor schreibt einfach runter, was ihm irgendwie einfällt und solche Passagen passieren, keine Frage. Aber das hat da überhaupt nicht reingepasst. Zum Rest des Buches kann man sagen, die Städte sind mittlerweile verstaubt und die Wälder gibt es nicht mehr. Und herbeigeführt ist das durch das große Welten. Es gibt auch eine kursierende Krankheit, die nennt sich der Würger. Bis dahin fand ich das Buch sehr, sehr gut, sehr, sehr kreativ. Auch der Sprachstil, der ist zwar eher plotorientiert, aber der Autor lässt sich trotzdem genug Zeit für bildhafte Sprache und bringt ein tolles Destillat an psychischen Zuständen seiner Figuren herüber. Also alles in allem sehr rund, sehr interessant und auch sehr abwechslungsreich. Der Aufbau des Buches sind wie die Jahresringe. Das heißt also, alle ein bis zwei Kapitel stieg ich weiter in die Vergangenheit von Jacinda herab. Und ja, im Endeffekt landet man dann tatsächlich im Jahre 1908. Und mutmaßlich taucht man natürlich danach auch wieder auf und landet dann am Ende des Buches wieder bei Jacinda im Jahr 2038. Ich bin bei dem Buch trotzdem nur bis Seite 239 gekommen. Wie gesagt, ich finde das Ganze sehr kreativ und raffiniert geschrieben. Aber ich kam unheimlich durcheinander. Je weiter ich gelesen habe, desto weniger wusste ich, von wem die Rede ist. Und deswegen habe ich es einfach zur Seite gelegt. Was das natürlich mit sich bringt, ist, dass man mit den Figuren nur eine oberflächliche Verbindung aufbaut, weil es eben in jedem Kapitel um den Vater oder die Mutter des vorherigen Kapitels geht. Und ja, das hat mich einfach wahnsinnig durcheinander gebracht. Die Erzählung ist sehr, sehr weitläufig. Aber ich kann sagen, dass ich das Buch vom Stil einfach sehr, sehr mochte. Ich werde das einfach in den Schrank stellen und warten, bis mich die Lust wieder packt und dann einfach weiterlesen oder nochmal von vorne anfangen. Es hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich es nicht weggeben wollte. Aber ich war nicht in der richtigen Stimmung und bin eben nur bis zur Hälfte gekommen. Das nächste Buch, was ich euch zeige und auch nur teilweise gelesen habe, ist Atemschaukel von Hertha Müller. Das Ganze hat 304 Seiten und ist im Fischer Taschenbuch Verlag erschienen. Das Ganze im Juni 2011. Hertha Müller hat für diesen Text den Nobelpreis bekommen und ich habe das Ganze gelesen zusammen mit der lieben Monja von YesMomoThings und ihren Instagram-Kanal verlinke ich euch selbstverständlich unten. Und Monja ist übrigens auch selbst Buchhändlerin und leidenschaftliche Leserin. Auf ihrem Instagram-Feed werdet ihr also sehr viele interessante Sachen finden. Was Monja im Gegensatz zu mir macht, sie liest eben auch noch Literatur für jüngere Leute, was daran liegt, dass Monja einfach auch noch jünger ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu lesen, und was ich vor allen Dingen gut fand, war, dass wir eine ziemlich gleiche Einstellung zu dem Buch hatten. In dem Buch geht es um Rumänien 1945. Ein junger Mann wird in ein russisches Straflager verschleppt und das Ganze passiert auch 60.000 anderen Rumäniendeutschen. Das Ganze ist keine Fiktion. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges gab es mehrere Millionen Ostarbeiter und viele haben das nicht überlebt. Am Anfang bekommt der Erzähler einen Brief und packt seine Sachen und geht fast schon ein bisschen naiv an die bevorstehende Abholung heran. Von den ersten negativen Erfahrungen erzählt er aber, als er noch auf der Fahrt dorthin ist. Als er dort ankommt, verändert sich aber die Erzählstruktur des Romans. Jedes Kapitel dreht sich da um einen anderen Mikrokosmos. Einmal ist das Brot das Thema, dann der Hunger, dann das Tauschen von Brotscheiben, dann der Zement, dann die Kalkfrauen, dann das Meldekraut. Sie wechselte dann von einer anfangs sehr lyrischen Sprache in eine teilweise sehr vermittelnde, also informationsvermittelnde Sprache und die hält sie recht schlicht. Sobald es aber um Gefühle geht, um Gefühle des Protagonisten, wird sie auf eine bisher mir unbekannte Art lyrisch. Sie paart diese bildhafte Sprache und personifiziert alles um sich herum. Der Erzähler bastelt, so kam es mir vor, eine eigene Realität und erfindet eigene Wörter und Gesetze für sich in diesem Arbeitslager. Es liest sich ungefähr so, als ob der Protagonist dem Wahnsinn nahe ist. Der Sand hielt mir von unten den Rücken und der Himmel holte mein Gesicht zu sich hinauf. Bald wurde der Himmel blind und meine Augen zogen ihn zu sich herunter. Augäpfel und Stirnhöhle waren vom Himmel gefüllt, durch und durch reglos blau. Zugedeckt vom Himmel wusste niemand, wo ich bin. Nicht einmal das Heimweh. Im Sand setzte der Himmel nicht die Zeit in Gang, doch er konnte sie auch nicht zurückdrehen. So wie der gelbe Sand auch den Frieden nicht ändern konnte, nicht den dritten, nicht den vierten. Womit ich dann letztendlich nicht so ganz zurechtkam, war, dass ich mich ausschließlich im Kopf des Protagonisten befinde. Die Lyrik war mir teilweise ein bisschen zu abstrakt, obwohl ich es zeitweise auch sehr, sehr genossen habe. Aber in diesem Buch gibt es keinerlei Dialoge und es gibt auch bis dato, wo ich gelesen habe, und das ist ungefähr Seite 150 gewesen, keinen Plot. Ich dachte, das Ganze würde so ein bisschen linearer erzählen. Die ganze Erzählung besteht eigentlich aus kunstvoll, sehr kunstvoll dargestellten Schnappschüssen. Ich habe insgesamt eigentlich eine reellere Darstellung erwartet und mir hat einfach der Bezug wirklich zum tatsächlichen Geschehen gefehlt, obwohl ich einfach auch sehr gut nachvollziehen konnte, wie verrückt man in so einer furchtbaren Situation werden kann. Das Buch werde ich auch nicht weggeben. Es kann sein, dass ich mich nochmal genau in der Stimmung für Hertha Müller befinde, aber es ist ein Buch, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich empfehle definitiv eine Leseprobe und möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich eher lyrisch gehalten ist als Plot getrieben. Und da sind wir wieder auch bei den individuellen Reizen. Plot ist mir zwar nicht wichtig, aber ganz ohne geht es halt für mich auch nicht. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist von Michael Stavaric, wenn ich das richtig sage. Es heißt Fremdes Licht, hat 512 Seiten und ist im Luchterhand Verlag am 9. März 2020 erschienen. Der Klappentext ist so vage gehalten, dass man noch nicht mal das Genre erraten kann. Was man aber sofort merkt, ist, dass der Autor sehr, sehr lyrisch schreiben kann. In dem Buch geht es um eine junge Frau. Sie ist an einem unbekannten Ort, in einer eisigen und unwirtlichen Umgebung. Erst nach und nach kehrt die Erinnerung der Protagonistin zurück und Elaine, so heißt sie, begreift, was passiert ist. Ihr Großvater lebte einst bei den Inuiten in Grönland. Und lehrte sie das Überleben in Eis und Schnee. Sie merkt, dass sie zuletzt für einen Schweizer Konzern im Ort Winterthur tätig war und dort als Genforscherin arbeitete und mit der Rekonstruktion von Leben vertraut war. Die Erde ist während eines Kometeneinschlags zugrunde gegangen und sie ist die letzte Überlebende der Menschheit. Was das alles mit ihrer Urgroßmutter aus Grönland zu tun hat, ahnt sie nicht. Denn ja, sie ist die einzige Überlebende und sie ist irgendwo auf einem Eisplaneten gelandet. Also wer jetzt nicht sagt, wow, das ist wahnsinnig interessant, bei dem weiß ich auch nicht. Also wir sind hier im Genre teilweise Science-Fiction gelandet. Das Ganze ist aber sehr, sehr subtil geschrieben, sehr, sehr langsam erzählt. Die Protagonistin ist ja Wissenschaftlerin und ihre Erfahrungen wertet sie also eher psychologisch als gefühlvoll. Das Ganze ist erzählt wie ein Karussell aus Empfindungen und Erinnerungen und die Geschichte wird dabei nicht besonders vorangetrieben. Sie bezieht sich immer auf ihren Großvater und die Sprache und die Lebensweise der Inuit und versucht daraus Kraft für das weitere Vorgehen zu schöpfen. Das Ganze ist faszinierend, aber es ist auch sehr, sehr zäh. Es dauert nämlich z.B. 50 Seiten, bis sie in den Wrackteilen ein paar Utensilien findet, die sie zu ihren Persönlichen zählt. Diese Form der Einsamkeit, die ist überwältigend und faszinierend und ich hätte das gerne noch ein bisschen intensiver gespürt. Ich glaube, dann hätte ich das Buch wirklich eingeatmet. Ich habe in Rezensionen gelesen, dass das Buch mittendrin die Perspektive und sogar das Setting und sogar die Zeit wechselt und ich weiß nicht so genau, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich bin jetzt aber darauf vorbereitet. Das ist auch ein Buch, das stelle ich mir auf jeden Fall noch in den Schrank und warte, bis ich auf eine eisige Slow-Pace-Geschichte Lust habe. Ich finde, sie ist gut geschrieben. Sie ist vielleicht manchen ein bisschen zu distanziert geschrieben. Ich empfehle da auf jeden Fall auch vorher eine Leseprobe und ich möchte, dass man sich darauf einrichtet, dass man Geduld mitbringt. Ich glaube aber, dass das Buch großartig wird, gerade bis zur Mitte hin und bin gespannt, wann ich es dann letztendlich weiterlese. Beim nächsten Buch ist es noch gar nicht lange her. Das habe ich euch bei meinen Neuzugängen in die Kamera gehalten und habe euch auch aus dem Anfang etwas vorgelesen, weil ich den Klappentext nicht lesen wollte. Es geht um Bevor es dunkel wird von Stephanie Merritt. Das Ganze ist im Blanc-Valet-Verlag erschienen und hat knapp 500 Seiten, 470. Unsere Protagonistin heißt Zoe und sie erhofft sich nach einem psychischen Zusammenbruch auf einer schottischen Insel Ruhe und Erholung zu bekommen. Doch bereits nach ihrer Ankunft machen unheimliche Gerüchte die Runde. Denn in dem Haus, das Zoe über den Sommer gemietet hat, passieren seit dem mysteriösen Tod der Vorbesitzerin Elsa angeblich immer wieder unerklärliche Dinge. Und tatsächlich, Zoe hört nachts eine singende Frau und wird von wilden Träumen heimgesucht. Sie ist sich natürlich nicht sicher, ob sie sich das nur einbildet. Aber was ist mit den Möbeln, die morgens nicht mehr an ihrer Stelle stehen? Als ein heftiger Sturm aufzieht, muss Zoe sich schließlich ihren schlimmsten Ängsten und Albträumen stellen und gerät dabei in Großgefahr. Die Atmosphäre bei dem Buch am Anfang war wunderschön. Das Setting ist atemberaubend. Mein Favoriten-Setting, eine wunderschöne Villa, in die Klippen gemeißelt, an den Küsten von Schottland. Also besser geht's eigentlich nicht. Gegruselt habe ich mich allerdings sehr, sehr wenig in dem Buch. Elsa hat die ganze Zeit Stillschweigen über ihre Begegnungen bewahrt, obwohl ihr die Dorfbewohner zugetragen haben, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Das Haus und die Klippen wurden leider nur einmal beschrieben. Danach ging es eigentlich nur noch um die Handlungen. Der Buchshop im Dorf, der hat mir auch noch sehr, sehr gut gefallen. Dann aber nicht mehr, denn der Geist, den sie traf, war anscheinend sexsüchtig. Das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Ich fand das sehr, sehr unpassend. Und dann wurde da auch noch eine Love-Story mit einem jüngeren Lehrer eingeführt. Und das Ganze empfand ich persönlich total viel am Platz. Ich habe da überhaupt gar keine Connection gespürt oder sowas. Es kam für mich auch absolut aus dem Nichts. Allerdings, ich bin wirklich durch die ersten Seiten geflogen. Ich habe es tatsächlich mal genossen, dass der Schreibstil recht einfach war. Ich musste nicht ständig anhalten und mir irgendwas markieren. Aber letztendlich die Summe aus dem falschen Verhalten und für mich sehr uninteressanten Plottelementen wie Love-Story und Sex, die das Ganze dann auch dominiert haben, die führten zum Desinteresse. Und der komplette Authentizitätsverlust, der war dann auf Seite 202. Nur mal so, by the way. Ja, im Endeffekt war das dann ausschlaggebend, dass ich das Buch dann auch wirklich bis dahin gelesen habe und nicht weiter. Und ich möchte es auch nicht weiterlesen. Weil einfach, ich hatte gedacht, es ging ein bisschen um was anderes. Aber im Endeffekt war es dann doch ein Standard-Thriller. Man will es kaum für möglich halten, aber wir kommen jetzt zu den Büchern, die ich gelesen habe. Es sind also nur noch zwei Stück, dann habt ihr das Video geschafft. Das erste Buch ist Im Rausch der Stille von Albert Sanchez Pignol. Das ist ein Debütroman. Das hat 252 Seiten. Und das ist ein apokalyptischer Abenteuerroman oder einfach Literatur, so würde ich es nennen. Und das ist im Oktober 2008 erschienen. Setting ist ein einsamer Leuchtturm und Nebenfigur ist ein verwirrter Leuchtturmwärter. Hauptfigur der neue Meteorologe, der hier am Ende der Welt Zuflucht sucht. Doch ja, die Stille täuscht. Denn Nacht für Nacht wird der Leuchtturm von unheimlichen Wasserwesen angegriffen. In diesem Roman geht es um rohe und urmenschliche Gefühle. Tatsächlich war ich mir bei dieser Inhaltsangabe nicht sicher, ob sich das Ganze vielleicht auf einer metaphorischen Ebene bewegt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass man Literatur und postapokalyptische Zustände miteinander in Verbindung bringen kann. Im Endeffekt geht es in dem Buch um das, was die tatsächliche Existenz eines Menschen ausmacht. Es geht um nichts weiter als um das Überleben. Ich würde das zwischen Abenteuer und Horror oder Science Fiction ansiedeln. Das hat aber auch einen gewissen psychologischen Tiefgang. Ich fragte mich wirklich die ganze Zeit oder sagen wir mal ein Großteil des Buches, ob mir das gefällt. Ob dieser plötzliche Stilbruch zwischen dem literarischen und diesem wahnsinnig spannenden Szenario einfach zusammenpasst. Das ist ein sehr, sehr hoher Kontrast und mir gefiel der Roman tatsächlich sehr gut. Das Ganze, obwohl es natürlich alle Punkte einer apokalyptischen wie sehr auch klaustrophobischen Geschichte erfüllt, es wollte sich bei mir keine Langeweile einstellen. Ganz im Gegenteil, ich kam nach langem mal wieder in einen richtigen Leserausch und der Autor, der verstand es, die Handlung auch sehr merkwürdig voranzutreiben, aber die Charakterentwicklung und seine literarische Ausdrucksweise blieben überhaupt nicht auf der Strecke. Nach wie vor erscheinen mir einige Dinge an dem Roman sehr suspekt. Die bringen mich nach wie vor zum Nachdenken. Aber das Buch ist definitiv anders als die meisten Bücher, die ich gelesen habe und dadurch finde ich es besonders interessant. Ich finde, das macht eben auch einfach ein Stück Lektüre aus. Die Geschichte muss ja nicht immer die sein, die einem am besten gefällt, sonst würden wir wahrscheinlich alle die Geschichte vom Schlaraffenland lesen oder von Körtnig Arthur rauf und runter. Das ist eine Geschichte, die hat mich gefordert, aber sie hat mir gefallen, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Die war interessant, die war mal was ganz anderes und Setting war grandios. Und alles war rund am Ende, auch wenn halt viele Dinge mich aus meiner Komfortzone rausgebracht haben. Aber das ist ja auch das, was Literatur ausmacht. Von meinem eigenen Video inspiriert, nämlich dem Sub-Video, was ich euch neulich hochgeladen habe, das findet ihr natürlich in der Infokarte, war ich inspiriert, endlich mal meine Sub-Leiche zu lesen. Und das ist tatsächlich Henry James und der letzte Dreh der Schraube. Das Ganze hat 173 Seiten. Ich verlinke euch eine Version aus dem Insel Verlag, die ist etwas neuer. An der Stelle ein Dankeschön an den Kommentator oder Abonnent Thun Ewald. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es Verfilmungen hierzu gibt. Und er hat vermutet, dass die Heimsuchung von Bly Manor damit zusammenhängt. Also eine Serie auf Netflix und, wenn man so will, der zweite Teil zu The Haunting of Hill House. Das wurde wiederum nach einem Roman von Shirley Jackson verfilmt. Auch wenn die Bücher und die Serie jetzt nicht allzu viel gemeinsam haben, aber ich schweife gerade ab. Das hier ist auf jeden Fall die literarische Vorlage zu der Serie Bly Manor, die Heimsuchung von Bly Manor. Das ist eine Sub-Leiche, das lag jetzt drei oder vier Jahre auf meinem Sub und ich bin froh, dass ich es jetzt gelesen habe. In dem Buch geht es um eine junge Frau, die kommt als Gouvernante auf den verwunschenen Herrensitz. Sie fühlt sich natürlich am Anfang sehr, sehr glücklich und auch die beiden außergewöhnlich schönen und klugen Kinder, mit denen sie einfach an diesem Ort leben kann. Und es kommt immer häufiger zu unerklärlichen Geschehnissen. Wer sind die beiden unheimlichen Gestalten, die sich ihr wiederholt zeigen? Sind ihre Schützlinge wirklich so engelhaft, wie sie erscheinen? Und wem kann man überhaupt noch vertrauen? In dem Buch befinden wir uns ausschließlich im Kopf der Gouvernante. Sie beschreibt ihre Beobachtungen sehr, sehr ausführlich. Sie analysiert sie mit ihrer Kollegin auch ausführlich im Dialog. Und daher entsteht ein sehr, sehr angenehmer Wechsel aus Theorie und Praxis. Das Buch ist sprachlich, ich würde es etwas verzwickt nennen, weil es gibt hier unheimlich lange Sätze und die Aussage des Satzes ist eben teilweise durch viele Nebensätze auseinandergerissen. Sie arbeitet ebenfalls mit vielen Adjektiven und man muss gut aufpassen, um eben zu verstehen, was sie sagt. Ich für meinen Teil kann sagen, ich konnte der Geschichte lediglich folgen, weil ich eben vorher die TV-Adaption gesehen habe, also diese neue Interpretation. Es gibt auch eine andere Verfilmung. Mir war das vorher nicht ganz bewusst, dass es tatsächlich eine Buchvorlage dafür gibt, aber ich bin jetzt froh, dass ich sie gelesen habe. Ich hätte wahrscheinlich sonst der Geschichte nicht so richtig folgen können, weil das ist natürlich ein Klassiker und die Höhepunkte sind nicht ganz so offensichtlich wie in zeitgenössischerer Literatur. Hätte ich die Serie nicht gesehen, ich hätte das Buch nicht voll und ganz verstanden. Das Gleiche gilt für die Auflösung. Ich habe schon mal gehört, dass das einfach sehr, sehr merkwürdig ist, was am Ende passiert. Mir ist es dann klar gewesen, aber ich hätte das, wie gesagt, ohne die vorherigen Informationen, die ich hatte, da wären mir einfach super viele Fragen offen geblieben. Aber ich habe jetzt meinen Sub von meiner ältesten Subleiche befreit. So, wir sind am Ende des Videos. Es ist ja doch schon ganz schön lang geworden dafür, dass ich nur zwei Bücher wirklich vollständig durchgelesen habe. Aber ich hatte ja auch ein bisschen was zu erzählen. Es gibt ja auch immer einen Grund, warum man gewisse Bücher nicht vollständig durchliest und eben nur teilweise liest. Ja, ich hoffe, mein nächster Monat wird wieder ein bisschen besser. Ich kann jetzt schon mal sagen, mein Currently Reading ist super und ich freue mich, euch das auch nächsten Monat dann vorzustellen. Und ich wünsche euch einfach eine schöne Weihnachtszeit, wenn wir uns erst im nächsten Lesemonat wiedersehen. und hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt gesund. Macht's gut. Bye, bye.